Rote Rosen Vorschau Folge 3737 Sandra weiß nicht, was sie tun soll. Sie ist sich sicher, dass sie Matthias liebt, hat Bernd gegenüber aber ein schlechtes Gewissen. Matthias gegenüber weicht sie aus. Als sie den verletzten Bernd dann auch noch bei sich aufnimmt, fällt Matthias für sich die Erscheide. Er überlässt Bernd das Feld. Sandra fühlt sich hilflos, was soll sie tun? Charlotte fühlt sich von Simon und Delay unter Druck gesetzt und lehnt es ab, ihren Entwurf samt Kleid für die Lifestyle-Modden-Show einzureichen. Delay lässt nicht locker, es kommt zum Streit. Während Simon kapiert, dass die Sache ist eine Nummer zu groß ist für Charlotte, schafft Marvin es, Charlotte zum Umdenken zu bringen. Amelie zweifelt an Joricks Können, was ihn noch mehr motiviert. Doch er schießt etwas übers Ziel hinaus und muss Ben um Hilfe bitten. Amelie bekommt nichts davon mit und kann sich über Joricks Qualitäten nicht beschweren. Jorick fasziniert sie eben doch. Annette macht Marvin klar, dass er ohne Meldebestätigung nicht für sie arbeiten kann. Aber Marvin hat keine Wohnung. Ist Guntas Angebot die Lösung? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017